Ein Hanfbauern, irgendein, den man ein bisschen näher befragen kann, dass man auch... Wir haben jetzt wieder ein Feld gefunden, ein recht großes, mit dem Magazin hingehen und dem Produkten und denen ein bisschen zeigen, was ich mache. Vielleicht kann ich so ein fester Stumpf von der Art kennen. Den Berggegenden ist nie verkehrt. Okay. Gradung für die Toten, also die, die da rauskommt. Und... So, ich will hier jetzt mal ein bisschen auf die Art und Weise, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ist. Musik 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 Musik